Ich werde durch Peru laufen. Ich plane, dass ich jeden Tag einen Ultramarathon laufe. Mir hat nie was gefehlt, so meine Mutter, meine Schwester, die waren so alles für mich. Ich weiß nicht mal, vor was ich mehr Angst habe, ob ich vor Anaconda oder eine giftige Schlemme. Mir wurde immer gesagt, mach was Vernünftiges, Lernen war es. Und ich hatte aber meine Träume. Ich schaff das! Es hat mich nicht so gut gefühlt, auch wenn es langsam vorrangig. Alter! Die politische Situation hat uns jetzt auch gekriegt. Ah, es ist schwindelig! Ganz oft gibt es Momente, wo du dich wirklich fragst, warum mache ich das? Na aus! Sofort! Mach die Kamera aus!